Ja, weil ich das auf eine Veränderung habe und das schon lange unterschwellig vorhabe. Dann lassen wir einfach unsere Zuschauer überraschen. Dankeschön. So, dann haben Sie sich verabschiedet von der Halle, gell? Ja, danke. Vielen Dank. Ich mache jetzt eine Kombination von Cherry, das ist ein unparfamierter Haarspray. Das tue ich in meine Hand und mache ein bisschen Colibri, die Creme rein. Also die Kombination, weil ich habe dann die Geschmeidigkeit, den Glanz und den Halt am Ansatz. Ich möchte hier Halt haben, das gehe ich über den Kopf in die Ansätze und bitte mit Schwung zurück. So, wow. Okay. Erkennen Sie sich überhaupt, bitte? Ja, kaum. Ja, das ist unglaublich. Ist die Idee nicht sensationell mit der Pony? Okay, das haben wir ja perfekt gelöst. Das verledigt die Erstellung, ja. Ja. Ja, Sie wollen? So, ihr Lieben. Tata, Tata. Unsere Kundin ist zufrieden. Vielen Dank für das Zuschauen. Vielen Dank für den Vertrauen. Sie sehen toll aus. Danke. Dankeschön. Und tschüss. 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 Joel. Bis zum nächsten Mal.